Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Projektreihe. Es hat sich ein kleines bisschen was getan. A. Ich war eine Woche in Urlaub. B. Es ging sich das letzte Mal um die Vernichtung gewisser Plagen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. B. Ja Leute, herzlichen Dank fürs Dranbleiben und fürs Interesse. Und wir gehen dann direkt auch mal wieder ans Eingemachte. Ja, wie ihr seht, das Becken steht, das Becken läuft. Es gibt wenig Probleme. Eigentlich nur die, die ich drüben im größeren Maße hatte. Wie zum Beispiel die Seeastern. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich noch nicht wirklich in den Griff gekriegt habe hier in diesem Becken. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Man kommt noch relativ gut dran, wenn ich mich mal dran geben würde. Ich habe, fangen wir mal direkt mit den Plagen an. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, wir gehen gegen die Glasrosen und gegen die Kugelalgen vor. Ich werde auch schauen, dass ich die entsprechenden Bilder gleich noch einblende von den entsprechenden Tieren. Ich habe hier vier, ne, glaube ich, fünf Wundermoney-Garnelen noch zusätzlich eingesetzt zu meinen beiden Putzer-Garnelen. Das hat wunderbar funktioniert zum Glück. Am Anfang gab es ein kleines bisschen Käbbeleien um den Platz, wo man sich aufhalten darf. Aber alles in allem läuft es soweit. Ich habe die Tiere eingesetzt. Die haben sich dann auch mehr oder weniger direkt ans Werk gemacht. Und ich blende euch da mal ein kleines Video mit zu ein. Keine zwei Tage später war dieses Becken tuto, completo, glasrosenfrei. Und ich habe das Becken tuto, glasrosenfrei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war eine Woche in Urlaub, hab's euch nicht erzählt, ne, egal. Und ihr seht, das Becken steht sehr gut. Ich hab keine Verluste durch Abwesenheit, sondern nur Verluste durch Blödheit. Blende ich euch jetzt auch nochmal kurz ein. Erster Verlust ist hier unten die Fingerkoralle. Da seht ihr, da sind ein, zwei, drei Köpfe. Da hat sich die Lobophilia hier oben mit angelegt. Und blende ich euch auch ein. Oben links in der Ecke hatte ich sie zur Erholung hingestellt, hat aber nicht funktioniert. Da war auch eine Trachi, die hatte ich hier unten stehen gehabt. Die ist mir umgekippt, weil ich sie nicht vernünftig befestigt habe. Und sie ist dementsprechend vernesselt worden und hat sich nicht mehr regenerieren können, leider. Das sind die beiden Verluste, die ich hier in diesem Becken hatte. Aber Verluste einerseits hier durch Strömungsveränderungen hier unten. Da stand die Strömung anders, da konnte die Trachi hier unten angreifen. Und, ähm, nicht die Trachi, ähm, die Lobo. Und die Trachi, ähm, ja, das war mein Fehler. Die habe ich leider nur unten auf den Boden gestellt. Die hatte nicht genügend Halt gehabt. Äh, ja, doof gesagt, kann mal passieren, darf, darf aber eigentlich nicht. Alles in allem ist aber ansonsten hier drin alles, äh, am Wachsen. Äh, es ist verlustfrei und, äh, ja. Was soll ich sagen, ne? Ich kann mich nicht genug beschweren. Das Becken läuft stabil. Ich messe hier, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Und die Werte sind, äh, konsequent, äh, spitz auf Knopf, da wo ich sie haben will. Ich fahre hier mit einer kleinen Phosphatzugabe bei einem Wert von, ähm, lass mich nicht lügen, ungefähr 0,04 circa. Damit halte ich es aber stabil. Phosphat kriege ich, äh, über meine Fütterung rein. Und die, äh, ja, entsprechenden Tierchen, die ich hier drin habe, ist ja nicht so viel. Das sind die beiden Bachsperrchen, beziehungsweise das eine sind fünf Stück. Das andere ist leider Gottes nur noch der eine, der dann am Ende des Projekts rüberwandern wird. So zusammen wie die, äh, mit den, äh, mit den fünf anderen. Und natürlich hier meine Spinnenfische, die ich hier drin habe, die wunderbar mittlerweile auch zusammengefunden haben. Abends auch schön brav hier am Tanzen sind. Ähm, hier vorne im Bild ist einer zu sehen. Kommt gerade vor. Alles in allem kriege ich über die Futterversorgung meinen Nitratwert hin. Der so Pi mal Daumen bei vier bis, äh, fünf liegt. Äh, ist immer am oberen Anschlag des Tests. Der Test geht, den ich habe von Red Sea, der geht von, ähm, 0,25, glaube ich, bis hoch zu vier. Und dann hat er noch eine High Range. Die messe ich aber relativ selten. Alles in allem aber, ähm, das Becken bleibt und ist stabil mittlerweile. Und das ist jetzt, äh, ja, es läuft jetzt seit acht Monaten, das Projekt. Und alles in allem muss ich eigentlich hier nichts mehr dran tun. Es tut sich auch nichts, außer, dass ich natürlich gärtnern muss, weil es wächst. Und ich denke, ich habe jetzt bis hier schon mal den Beweis erbracht, dass das hier alles so, ich sag's mal, wenn man am Ball bleibt, genauso wie drüben bei dem anderen Becken, ohne Probleme funktioniert. Wobei die Aussage ohne Probleme natürlich nicht ganz so stimmt, weil es sind natürlich Probleme aufgetreten. Wir haben Plagen gehabt, wir haben, äh, Probleme mit schwankenden Wasserwerten gehabt und, und, und. Das sind natürlich Sachen, wo man dranbleiben muss. Aber jetzt ist das Becken hier stabil und, ja, ich könnte es wachsen lassen. Ob ich es wachsen lasse oder nicht, ähm, das wird sich in nächster Zeit, ähm, entscheiden. Das Projekt läuft jetzt, wie gesagt, schon acht Monate. Und ich denke, ich habe jetzt hier, das, äh, ich sag's mal, den Beweis erbracht, dass es im kleinen Maße, in einem kleinen Becken sehr gut funktionieren kann. Ähm, dazu wird aber demnächst noch ein Video kommen. So, ich habe jetzt mal das Kabel von meinem Mikro ein bisschen vorgezogen. Ich habe hier unten ja schon die ganze Zeit den Technikbereich offen, um euch nochmal kurz, äh, auf den Stand zu bringen, was jetzt alles hier aufgebaut ist. Es ist im Prinzip ein komplettes Abbild von dem, was da drüben ist. Wir haben einmal den Abschäumer drin. Wir haben hier, äh, ähm, einen Wirbelbettfilter, der übrigens hier bei mir, werde ich gleich auch noch den Beweis erbringen, vollkommen lautlos läuft. Ähm, eine Dosieranlage. Unten meine Dosierbehälter und, äh, eine einfache Rückförderpumpe. Das war's im Prinzip schon. Also kein großes Hexenwerk, was ich jetzt hier eingesetzt habe mit Megatechnik oder sonst irgendwas. Ähm, selbst die UVC ist jetzt hier raus, weil ich sie hier in diesem Becken nach Stabilisierung nicht mehr brauche. Drüben im Becken brauche ich sie, weil ich ja dementsprechend in der Aponikus da drin habe, aber hier ist es nicht notwendig. Und jetzt kommen wir mal zur Lautstärke. Ich nehme mir mal mein Mikro und halte das mal hier dran. Das Einzige, was ihr da hört, ist das Plätschern von dem Wasser, was hier über den Schacht drüber geht. Ich denke, ihr hört nichts weiter. Und, so, ich klemm das mal wieder ein, kurzer Schnitt. So, haben wir wieder alles zugemacht. Und, ihr hört, also ihr hört nichts. Die eingesetzte Technik und die Akustik hier von diesem Becken ist vollkommen lautlos. Ich habe auch aktuell jetzt bei den etwas wärmeren Temperaturen hier weniger Temperaturanheizungen wie drüben beim großen Becken. Hier habe ich jetzt eine, blende ich euch auch nochmal kurz ein, eine 25-3 drin. Und, ähm, funktioniert hier wunderbar. Ich habe die Lampe auch ein kleines bisschen nach oben gehangen, dass sie nicht ganz so viel Wärme reinbringt, aber alles in allem, ähm, passt das hier soweit. Ich habe hier drin auch ein relativ gutes Kühlsystem, also, wenn es jetzt nicht mehrere Wochen nacheinander, äh, so richtig warm wird, habe ich hier eigentlich erstmal keine Probleme. Na, Ventilatoren kann ich noch einsetzen, die Option habe ich noch. Ich habe ja den Twin Control hier unten dran, wo ich dann dementsprechend auch noch entsprechende Kühler dranhängen kann. Ja, aber ihr seht, alles in allem, das Projekt läuft, das Projekt, äh, ist stabil, läuft vernünftig, ähm, es gibt keine großen Probleme. Und genau so soll es ja auch sein. Es soll schön sein, es soll toll aussehen, es soll uns Spaß machen. Und das, denke ich, habe ich hier definitiv geschafft. Ähm, ich werde nochmal Rücksprache mit den entsprechenden Firmen halten und, ähm, ich werde, oder ich spiele mit dem Gedanken, das Projekt in nächster Zeit zu beenden. Was dann mit der entsprechenden Technik passiert, werden wir dann sehen. Ähm, deshalb auch die Rücksprache mit den Firmen. Und, ähm, das Gleiche kann ich ja im Prinzip drüben im großen Becken jetzt, äh, dementsprechend da auch weiterführen. Und, ähm, da kommen dann auch noch ein paar kleine Überraschungen dazu. Und, ja, lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Solltet ihr noch Fragen zu irgendwelchen Sachen hier haben, äh, zur Technik, zur eingesetzten Versorgung, etc. pp. Schreibt es mir runter in die Kommentare. Ähm, ich antworte da gerne drauf. Ihr könnt mich auch gerne über Facebook, WhatsApp und, äh, Insta anschreiben. Kein Problem. Sehe ich früher oder später. Insta wird immer so eine Sache bei mir. Aber, ähm, ist egal. Ähm, ja. Alles in allem. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von diesem Becken hier vermitteln. Wie ich es gemacht habe, wie es läuft, wie es steht. Wie man gewisse Sachen bekämpfen konnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Tag, Abend oder Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich zähl auf euch. Euer Ralf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.